Kann die Scheide ausleiern? Ja, nein. Nicht wirklich. Die kann sich schon dehnen. Ich erzähle euch was dazu. Also, unsere Vulva von außen, Scheideneingang und das hier, dieses Stück, das ist die Scheide. Ein Muskelschlauch. Und ein Muskelschlauch, der kann sich erst einmal an alles anpassen, was da irgendwie so reinkommt, durchkommt. Ja, also, wenn ich dann Finger reinstecke, passt sich dieser Muskelschlauch an den Finger an. Wenn ich dann Tampon reinstecke, an den Tampon. Wenn ich dann Penis reinstecke, an den Penis. Dieser jetzt nicht, denn es ist kein Muskelschlauch. Genau, passt sich an unterschiedliche Größen an und geht danach auch wieder auf seinen Urzustand zurück. Wenn so eine Scheide, dieser Muskelschlauch, jetzt sehr krass gedehnt wird, zum Beispiel, weil eine Frau vaginal gebärt, also ein Kind zur Welt bringt, ja, dann muss sich die Scheide eben auf eine relativ weite, weite dehnen. Und das würde dann tatsächlich auch dazu führen, dass die sich nachher nicht wieder komplett so, als wäre nichts gewesen, in ihren ursprünglichen Modi-Modus zurückzieht. Auch wenn ich jetzt beispielsweise voll auf Fisten stehe, auf Vaginalfisten und ständig irgendwie eine Faust in der Scheide stecken hätte, dann würde sie sich eben auch zu irgendeinem Zeitpunkt nicht mehr komplett auf diesen Urzustand zurückziehen. Was hilft, wenn die Scheide eben nicht mehr so eng ist, wie vor einer Geburt oder vor einer ausführlichen Fist-Aktion? Was hilft dann? Dann hilft Beckenbodentraining, ja, denn Beckenbodentraining sorgt eben dafür, dass die Muskulatur, und die Scheide ist ein Muskelschlauch, dass die Muskulatur wieder straffer wird, fester wird, sich besser zusammenziehen kann und dann wird das auch wieder enger. Was ich nicht hinkriege, ist, wenn ich jetzt mehrfach Kinder gebäre oder so, dass das wieder komplett in den Originalzustand zurückkommt. Das funktioniert nicht. Aber ich komme da relativ nah wieder dran, ja, mit Zeit und Übung, Becken-Boden-Übung. Es gibt so in meinen Augen verrückte Bewegungen wie Save Your Love Channel, wo Frauen sich eben für Kaiserschnitte entscheiden, um ihren Love Channel, den hier, zu schützen, damit er eben nicht ausleiert. Also da finde ich persönlich ja, dass Beckenboden-Gymnastik durchaus auch eine sinnvolle Alternative wäre, statt eines Wunsch-Kaiserschnittes. Genau, also, kann die Scheide ausleiern, generell kann sie sich weiten und kommt dann zu den beiden Situationen, die ich genannt habe, nicht wieder auf den Originalzustand komplett zurück, aber ich kann daran arbeiten, dass sie ziemlich nah wieder dran kommt. Ausleiern klingt immer so fies und dann gibt es ja diesen blöden Witz, dass, naja, ich weiß gar nicht, ob das ein Witz ist, aber diese Aussage, ja, und dann hatte ich, also wenn jemand Sex hatte mit einer Frau, die schon mehrere Kinder geboren hat, ja, ja, es war ein Gefühl, als wenn ich eine Salami in den Hausflur geschmissen hätte. So, ne? Das ist Quatsch. Salamis in den Hausfluren, da hätte man ja keinen Berührungspunkt an irgendeinem. Das ist Quatsch. Okay? Soviel zur ausgeleierten Scheide. Soviel.